Innovationen verlaufen nicht linear. Menschen entwickeln sich nicht linear. Es gibt diese Momente, die alles verändern. Und dieser Podcast, der Moment, nähert sich dem Kern von Innovationen genau über diese Hintertreppe, über die Entscheidungen von Menschen in entscheidenden Situationen sozusagen. Wir sprechen mit prominenten Menschen aus Unternehmen, Politik und Gesellschaft, die viel schon geschafft haben, die genau solche Momente genutzt haben, um sich selber zu transformieren, aber auch natürlich ihre Umgebung, ihre Karriere voranzubringen. Und sie können von deren Erfahrungen profitieren. Jede Folge dauert ungefähr 30 Minuten und wir sprechen über die Momente aber eben noch sehr, sehr viel mehr. Nutzwert steht dabei im Vordergrund. Es würde uns freuen, wenn Sie alle zwei Wochen bei jeder neuen Folge mit dabei sind.